In 2002 bin ich Kunde, mit den Diensten habe ich den Aktienbrief und Champions Trader. Ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Ich kann mir keinen besseren Börsendienst vorstellen. Das habe ich beim Börsentag das erste Mal gehört und danach auch sofort gekauft. Und ich bin, wie alle, wie man hört, begeistert. Ich sage mal, positives Börsendenken und alles nochmal wieder die Meinung auffrischen. Und deswegen bin ich hier. Ich glaube ja, dass er das machen wird. Man kann es ja zurückverfolgen. Und so, wie der Herr Thomas Müller das sagt, muss es eigentlich so passieren. Ich gehe davon aus.